Kann man jetzt vielleicht noch eine Karre reparieren? Aber nur vielleicht. Na, nix. Irgendwas drin noch? Nö. Ah, nur ganz wenig Sprit. Das lohnt sich nie. Hörteit! Hallo! So, wenn wir die Dinger gut sind. Lappen. Oh, ne Autobatterie. Geil. Ey, ja, wir kriegen hier fast ein Auto zusammen. Fehlen auch Reifen. Warum krieg ich Reifen her? Die Buddel brauchen wir jetzt nicht. Hm, das war's hier. Gibt es bei... Was? Gehen wir um den schönen Restaurants? Ja, wo? Wenn nein, findet man schon. Äh, bei mir in der Nähe Restaurants. Wir haben hier einen Griechen. Der neu aufgemacht hatte. War ja immer noch nie drin. Püppi war da schon drin. Aber die meinte, das ist verdammt teuer. Was haben wir hier? Unten Chinesen haben wir hier noch. Sonst nur Dönerbuden. Und die sind nicht gut. Äh, so ungefähr 100 Kilometer weiter ist ein Becker. Was ist denn das hier alles? Oh, hier ist noch Zündkerzen. Geil. Autobatterie haben wir ja. Das schaffen wir mal kurz nach Hause. Weil ich trau dem ganzen Frieden hier. Überhaupt nicht. Ich hab da übelst die Paranoia. Ich weiß nicht. Auf und ab. Hüpf. Alles streamt. Alles streamt. Alles streamt. So ein Weltwunder ist das jetzt auch nicht. Und kein... Nicht in Caps loppenherrteil. Bitte nicht. Das verträgt doch mein Bot nicht. Der hat empfindliche Ohren, so wie ich. Nicht machen. Oh, die Steine respawn. Ich schieb hier übelst Paranoia. Ich trau dem Frieden ja nicht. Kaufe dir dein Bot besser und bessere Ohren. Nee. Teuer. Was haben wir hier? Schon wieder eine Tomatensauce. Geil. Lecker. So ein Weltwunder ist das nicht, dass ich mal streame. Oder einfach doch. Da hab ich die... Hölle Stein. Oh, mein Nase ist so dicht. Oh, das streamt nicht immer, wenn... Oh, das streamt nicht immer, wenn... Wenn ich Cosplay nehmen will. Du bist dran schuld, wenn ich zur FBM nicht fertig werde. Alle sieben Weltwunder auf einmal, wenn Alu mal streamt. Ja, ja. Ist ja gut. Ich sag nichts mehr. Und hört halt, ich muss mal petzen, die Ritterhörnchen, ja? Die war ganz böse. Zumindest kann ich es auf dich schieben, wenn ich gefragt werde, warum ich aus Faulheit nicht fertig bin. Ja, dann bin ich schuld, oder was? Nur sage mal. Also so geht das jetzt nur nicht. Mädchen, Mädchen. Ja, die hat einfach donated. Die hat einfach gespendet. Was? Ja, genau. Das dachte ich mir auch so. Oh, das wollte... Wie bitte? Ja, macht ihr mal euren Zickenkrieg und lasst dir diese Donation-Dinger da mal schön aus dem Spiel. Danke. Zickt ihr euch mal gegenseitig an und lasst mich da raus. Finde ich ganz super von euch. Ich donate dir gleich nochmal, hör mal. Wagst dir und du weißt ja, was dir blüht. Das blüht ja schon eh beim ersten Donate. Nicht wenn ich... Alter Mädchen! Schluss jetzt! Aus! Halt! Stopp! Dieses rote Licht hier unten, das bringt dann Scheiß. Hier wird nicht donated. Warum sag ich das überhaupt? Ihr hört ja eh nicht auf mich. Ihr macht ja eh, was ihr wollt. Wieso rede ich dann überhaupt? Ich will lieber vier Reifen haben. Komm, wir streiten die sich hier, wer donaten darf, oder was? Ich seh, ich glaub, die Spinne. Und vier, der Stewie schreit mich nochmal an. Alter, beim Spieletest, obwohl ich dauernd von Bären zerfleischt und jetzt... Man kann nicht donaten. Na, Gott sei Dank auch. Hast du wahrscheinlich schon... Weil du es logisch schon hast. Ich weiß es nicht. Ich kenn mich doch damit nicht aus. Wolltest du etwa grad... Schon wieder? Irgendwas stimmt mit der Seite nicht. Ich will nochmal. Was? Nein! Ich weiß nicht, was da irgendwo anders liegen könnte. Ich hab mich damit nie befasst, im Grunde. Vorhin ging's doch. Oder kann jeder bloß einmal oder so als Protakif? Ich weiß es nicht. Jetzt wirklich nicht. Ich hör ein Hühnchen. Ah, hab's verstanden. Wie viel hast du dem denn gespendet? Sie hat mir 10 Euro gespendet. Warum hör ich ein verficktes Hühnchen? Okay, so viel hab ich nicht. Du sollst doch gar nicht, Hörtheid. Du sollst nicht. Verstehst du das? Behalte mal deine paar Groschen für dich. Ich bin alt genug. Ja, ich weiß, dass du alt genug bist und selber entscheiden kannst. Aber wenn du noch nicht mal so viel hast, dann behalte deine paar Kröten. Also das muss nicht sein. Hörtheid, das... Ein dritter Hühnchen, das zählt genauso für dich. Haltet eure Kröten mal lieber vor euch. Ich kann selbst bestimmen, was ich mit meiner Paysafe-Karte, die seit Monaten hier und auch rumliegt, mache. Hörtheid. He went through the darkest days. His fire burns always. Herr Tadel, danke. Ritterhörnchen, danke. Es kommt ja von euch beiden, weil das irgendwie bei ihr nicht funktioniert. Vielen Dank. Und jetzt hört auf damit! Und hört halt, was ich gerade sagen wollte. Bei mir kann man nur über Paypal donaten. Wie man das mit Paysafe-Karte und sowas einrichtet, weiß ich nicht mal. Ich weiß, dass das bei manchen geht, aber ich glaube, da muss ich erst mal Partner sein und das bin ich nicht. Boah, schon wieder ein Herzinfarkt. Mann! Alter! Wollt ihr, dass ich hier vom Stuhl kippe oder sowas? Boah! Mal sehen, ob ich Gölte habe. Aber wie ich mich kenne, habe ich da 50 Cent oder so. Also, ich sag mal so, heutzutage zählt jeder Cent, das ist klar. Aber nein. Mach mal nicht. Ich weiß, wo rede ich überhaupt? Warum rede ich überhaupt noch? Ja klar, hier in den Videos ist das jetzt gut. Das ist ein Thema. Da lerne ich mal ein bisschen zu quatschen. In den Videos. Was mir ja meistens immer ein bisschen schwerfällt. Dafür mein Dank. Aber... Wie der gute Erik immer sagt, ihr alten Übertreiber. Dennoch 2,76 Euro. Aber damit kann ich allen bei Ebay eine Menge kaufen. Dann kaufe dir davon Sachen, die du so gern hättest, der Herr zeigt. Kauf dir davon was Schönes. Du musst das nie an so einen alten Vollpfosten wie mich ausgeben. Das muss nicht sein. Das wäre totaler Blödsinn. So, jetzt probiere ich mal was. Hier ist er leider. Schön. Cosplay und schön. Dass ich nicht lache. Ich weiß nicht. Ich habe erst ein Foto von Cosplay gesehen. Das sah eigentlich ganz gut aus. Jump. Jump. Ähm. Warum kann man hier hoch? Hier ist nix. Und da kann man sich ja vor dem Nebel gestalten sicherstellen. Weil wenn die nämlich dann hier hochklettern, dann mit der Axt so voll auf Kroppen. Damit du fragst. Ich bin alt und verwirrt. Hä? Darum ist nix. Warum kann man hier hoch? Ich bin alt und verwirrt. Herr Teich, ich bin gerade ein bisschen alt und verwirrt. Klär mich nochmal bitte auf. Wegen was, dass ich frage. Damit ich frage. Worum geht es jetzt nochmal? Ich habe es vergessen. Ich kriege ja hier immer nur Herzinfarkte von den Leuten. Herr Teich, das Thema hatten wir schon. Das ist öfter. Nein. Und vor allen Dingen, der ist noch nicht mal da. Und ich verdorschte. Geil. Oh, ein Reifen. Toll, da kriege ich jetzt schnell was zu saufen. Hier ist nichts. Das geht nicht auf. Und so stehen hier die Dinger, wenn die nie aufgehen. Dieses evil chicken die ganze Zeit, ja. Das ist auch ein bisschen bedenklich. Ich versuche mal jetzt nochmal zurück zu rennen. Damit ich schon immer zau... Hab ich Alu sauer gemacht? Ach nein. Wenn ich sauer bin, das... Da reagiere ich ganz anders. Also es wird nicht ganz anders. Scheiße, ich habe mich verlofen. Wo ist mein Haus? Kann man nicht hier einfach auf den Bach saufen? Nee. Da geht meine Hälse noch runter. Ja, geil. Und tschüss. Tschau. Bin weg. Muss man ihm nur die Wampe kreuen? Dann ist er wieder lieb. Was soll das jetzt wieder essen? Würdest du damit sagen, ich bin fett? Ich... Also ich weiß, dass ich fett bin. Alter, was ist hier wieder falsch? Also merken, Wasser giftig, Wasser schlecht. Komm, Cola, nein. Ich sag jetzt nichts mehr. Da wird man ja elendig gemobbt. Wasser ist Gift. Ja. Wasser ist Gift. Oh Gott, dieser Vollposten. Ganz ehrlich. Also in diesen Hütchen am Wasser, da war irgendwas. Ich will aber nicht wissen, wartet wo. Jetzt habe ich hier viermal Nähzeugs. Ist ja auch nicht schlecht. Braucht bald Schränke. Hier wird es langsam voll. Ich dachte, Viecher sind nur bei Nebel. Oh, die haben wir schon mal einen Reifen. Fehlen ja nur noch drei. Hier ist so ein Kulisse, ey. Mann, 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 Mann. Warte mal, ich gehe nochmal ins Haus. Ich habe da irgendwas von einer... Animal Trap gelesen oder so. Vielleicht kann man ja dieses komische Hühnchen fangen. Möglicherweise... Kann man sich da was fangen. Oder oben an der Bench. Hier, Animal Trap. Dann muss ich aber die Werkbank upgraden. Dazu brauche ich ein Zahnrad. Kacke. Wie macht man das? Oh, Temperatur einer von 40 Grad, ey. Alter. Das geht mal überhaupt nicht. Wie... Wie macht man jetzt so ein doofes Zahnrad? Das wäre mal hochinteressant. Steht hier irgendwas? Fleisch. Salz. Salz haben wir da, aber... Sleeping Bag brauchen wir jetzt nicht. Alkohol ist... Alkohol... Klar, da... Läshings. Blätter und... Boah, okay. Ich habe doch schon mal Blätter gesammelt. Ach, Alter. Ja, da. 13 Stück. Bäume haben wir ja hier. So, Kleiner. Ich verabschiede mich jetzt. Du kannst mir ja nach dem Stream schreiben. Wolltest du ja noch mit mir reden oder so. Also bis später. Alles klar, Ritterhörnchen. Wir müssen uns dann mal unterhalten. Dann später. Ich schreibe dir dann. Ich mache sowieso nicht mehr so lange. Durfte ja erstmal hier ein bisschen reichen. Weil Pippi wollte sich ja dann auch nochmal melden. Die muss mir ja ihre Lebensgeschichte dann noch weitererzählen. Und ja. So, da hauen wir mal ein paar Läshings drin. Ach, die Blätter muss hier auch noch. Ich bin so blöde. Verdammt blöde. Und die ganzen 13 Blätter mal gucken. Ich gehe aber hoch zum Kraften. Ich weiß immer nie, wann dieser verfickte Nebel auftaucht. Da, Läshings. Ernsthaft? Ich kann nur ein Läshing bauen? Aktualisiert sich aber nicht so gut. Ja, weil noch ein paar Blätter fehlen. So. Dann gucken wir mal. Trauen im ganzen Frieden ja hier nicht. Wie das Auto jetzt in der Luft schwebt, wenn nur weil ein Reifen dran ist. Ach ja. Alter, da kommen so viele Blätter runter. Man kann nur eins aufheben. Ja, geil. Guck mal, da kommen so viele Blätter runter. Und man kann kein einziges davon aufheben. Man, man, man. Da kamen überhaupt keine Blätter, so ein Blatt. Von dem ganzen Bogen kam ein Blatt runter. Was ist denn das? Stimmt aber ja, da geht nicht voll rum. Zack. Ich brauche Scharenke. Langsam mal. Na, Hühnchenstall könnte man auch bauen. Und dazu muss ich die Dinger erst mal fangen. Ich spürte dauernd was im Gesicht rum. Äh. Aber. Wurde mal sagen. Heute reicht's. Ich mach ja jetzt erst mal Feierabend. Weil, wie gesagt, ich erwarte ja noch einen Anruf. Und. Das Wasser fordert wohl langsam mal seinen Tribut. Ein paar Folgen hab ich ja jetzt. Wir machen hier definitiv weiter. Weil ich's blick hier drinnen. Jetzt will ich das machen. Wir machen hier mal. Ey, kann man's ja mal. Von dann speichern. So, game saved.